Herzlich willkommen, bin Niklas 1112. Heute sehen wir uns das Number One X-Man X1 Smartphone an. Dies ist ein IP68-zertifiziertes, robustes Handy, ausgestattet mit ziemlich leistungsstarker Hardware. Auf banggood.com ist es momentan um die 140 Euro erhältlich. Ich bedanke mich nochmals bei banggood.com für das stetige Zuschicken dieser interessanten Smartphones zum Testen. In der Schachtel befindet sich das X1 Handy selbst, der 3300 mAh Akku, die Rückabdeckung des Handys, auch dabei eine Display-Schutzfolie, in der Tat sehr nett und was Kabel anbelangt, das USB-Kabel und das Ladegerät, übrigens 1 Ampere. Dann erhalten wir auch noch dieses OTG-Kabel und in diesem kleinen Täschchen hier so eine Art kleines Toolkit. Zu guter Letzt die Anleitung. Das Number One X1 ist in zwei verschiedenen Farbvarianten zu haben. Schwarz und Orange, sowie auch Schwarz und Grau. Diese habe ich hier heute. Die Verarbeitungsqualität ist sehr gut, das kann ich euch schon mal gleich sagen. Aber das erwartet man ja nun auch von einem solchen Handy. Obwohl Robustheit Number Ones Hauptziel ist, ist auch das Design nicht dann mal so übel. Gefallen einem solche klotzigeren Geräte, würde ich sagen, schönes Design. Das Axman X1 ist IP68 zertifiziert, was heißt, dass dieses Smartphone wasser- und staubdicht ist, sowie auch druckfest, temperaturbeständig, stoß- und kratzfest ist. Eine Menge an fest und beständig hier. Auf der Rückseite haben wir dort unten den Lautsprecher, der gut geschützte Micro-USB und 3,5 mm Audioanschluss, jeweils unten und oben. Aber hier kommt auch schon meine erste Beschwerde. Die Gummiabdeckung für den 3,5 mm Anschluss ist extrem schwer zu öffnen, aber zumindest ist er geschützt. Rechts haben wir die Lautstärkenregelung, zusammen mit dem Powerknopf. Vorne ist ein Mikro und wenn ich mich nicht ehre, ist da ein zweites neben der Hauptkamera. Apropos Kamera, wir halten hier eine 13 Megapixel Hauptkamera zusammen mit einem LED-Blitz, der aber leider nicht ganz so leistungsstark ist. Das X1 hat auch noch eine 5 Megapixel Frontkamera. Obwohl nun dies ein 5 Zoll Handy ist, ist es doch schon sehr groß. Definitiv nicht die übliche Größe für 5 Zoll. Mit 16,1 mm würde ich dieses Handy allgemein nicht gerade als dünn bezeichnen. Dieses Handy macht vom Android 4.4.2 KitKat Betriebssystem Gebrauch, aber es scheint mir so, als ob dies so eine Art aufgefrischtes Jellybean 4.2 wäre. Was das Display angeht, es ist ein 5 Zoll, 1280x720 IPS Bildschirm mit sehr beeindruckenden Blickwinkeln. Aber auch die Farbwiedergabe ist sehr gut und mir sind keine Königin Pixel oder ähnliches aufgefallen. Die Touchreaktion ist ausgezeichnet für ein solches robustes Handy. Das X1 ist mit der 8 so beliebten MediaTag MT 6582 1,3 GHz Quad-Core CPU ausgestattet und zusammen mit der Mali 400 MP GPU laufen Spiele relativ geschmeidig, würde ich sagen. Wie immer bei diesem CPU-GPU-Paket bekommen wir 8 GB internen Speicher sowie auch 1 GB RAM. Hinter der Rückabdeckung finden wir den austauschbaren 3300 mAh Lithium-Ion-Akku, der mich aber leider ein wenig enttäuscht hat. Wenn man bedenkt, dass dieser ein 3300 mAh Akku ist, ist die Akkulaufdauer aber meiner Meinung nach nicht so positiv ausgefallen. Aber immerhin noch weit entfernt von schlecht und zu gebrauchen ist sie definitiv noch. Im X1 finden bis zu zwei Mini-SIM-Karten Platz und um den Speicher zu erweitern, könnte man eine Micro-SD-Karte mit einer Kapazität von bis zu 128 GB in den Slot installieren. Nicht schlecht, nicht schlecht. Die allumfassende Reaktion, die Geschwindigkeit des Handys, würde ich sagen, ist okay. Um ehrlich zu sein, hätte ich Schlimmeres erwartet, aber hier stattdessen eine nette Überraschung. Apropos Leistung, im Entute-Benchmark punktet dieses Smartphone um die 20.000. Im Geekbench sind es rund 1200 Punkte im Multi-Core-Test und so um die 350 im Single-Core-Test. Also definitiv keine schlechten Ergebnisse. Der Wi-Fi-Empfänger auf diesem X1 ist überraschenderweise gut für ein Handy in dieser Preisklasse. Eines der besten, die ich bis jetzt so testen konnte. Halt wiederum in dieser Preisklasse natürlich. Der interne Lautsprecher ist laut und klingt okay. Der Klang durch die Kopfhörer ist aber leider gar nicht so gut, was ein Jamme ist. Das Mikro ist in Ordnung. Dieses Handy ist zudem mit einer vierten Taste hier vorne ausgestattet. Suchen. Die Bildqualität ist in Ordnung. Natürlich bei weitem nicht perfekt, doch die Kamera leistet in den meisten Fällen durchaus gute Arbeit, auch in schlechteren Lichtverhältnissen. Und wie ihr sehen könnt, ist es mir gelungen, so manche interessante Bilder mit einem Handy in einer Preisklasse von rund 140 Euro zu machen. Videoqualität ist jedoch eine andere Geschichte. Wie ich schon zu oft gesehen habe, wird das gefilmte traurigerweise nur auf 1080p vergrößert. Somit ist die Videoqualität alles andere als beeindruckend. Vor allem nicht, wenn da auch noch eine gelegentliche Bildverzerrung und die geringe Bildrate von nur 14 FPS dazu kommt. Das Fokussieren ist eine weitere Schwachstelle im Videomodus. Die Videokamera ist hier eine wahre Enttäuschung. Aber ansonsten ist das Number One X-Man X1 nicht übel für den Preis und hat durchaus ordentliche Leistung zu bieten, ist mit einem guten Display ausgestattet, ist IP68 zertifiziert, ist daher sehr, sehr robust und sieht auch nicht einmal schlecht aus. Obwohl der Akku mich zwar trotz der Kapazität von 3300 mAh nicht beeindruckt hat, reicht die Laufdauer für die meisten von uns aus. Die Kamera ist hier eine Win-Lose-Situation. Fotografieren Win, Filmen Lose. Dennoch ist das Preis-Leistungsverhältnis nicht einmal schlecht. Obwohl dieses Smartphone weit entfernt von perfekt ist, würde ich das Number One X-Man X1 doch noch empfehlen. Vor allem, wenn man auf der Suche nach einem günstigen, robusten Handy ist. Nochmals ein großes Dankeschön an Banggood.com fürs Zuschicken dieses Produkts und das Ermöglichen dieses Testberichts. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren und besucht meine Website, um dort Videos früher als auf YouTube zu sehen.